Herzlich Willkommen und ein fröhliches Hallo meine lieben Freunde der gepflegten Mario Kart Wii Unterhaltung. Wir sind heute im Raum, das war als Livestream geplant, hat aber unterm Strich nicht wirklich geklappt, weil ich immer offline gegangen bin. Deswegen laden wir das Ganze jetzt ein bisschen anders hoch im Nachhinein und wir kommentieren hier so ein bisschen. Wir sind in der fröhlichen Runde, auch wenn man die gerade alle nicht hört. Und ein Grand Prix sind wir jedenfalls schon gefahren und der verlief mehr oder weniger gut für mich. Wie viel da wurdest du? Das will ich an der Stelle nicht sagen, aber ich habe immerhin über 20 Punkte geholt. Er wurde 6er von 7. Nein, 6er von 12. Dass 5 Leute ein Disconnect hatten, konnte ich nicht ahnen. Ja klar, ich krieg die Naps ab, ey. Ich grüße an der Stelle Neo, Best Friends, irgendwas, noch 2 weitere, Jan, Bollvogli, Boss, Dyla, Boosty, Arados, Leon und Arctus. Ich bin Leon. Dyla. Phil, was hast du genommen? Ich bin die Naps ab, so klar. Ich hab noch nichts genommen. Ich sollte mich vielleicht mal entscheiden. Hast du Louis-Tier mit Wachbarkeit genommen? Achso, ja, das stimmt, das hab ich genommen. Und meine Cola hat gerade geraucht. Haha. Wow. Cola raucht. Hey, wie bin ich denn jetzt? Achso. Hey, mein Bier gleich auch. Nein, ich war in 60. Den hab ich schon stattdessen. Ja, Jan. Dann. Toad's auch. Ja, gut. Ich bin wirklich. Ich wollte, und wir sollen mir niemand meine Strecke, ich will doch nur Rennpiste. Habe. 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 Ich will auch in Piste. Hey, wer ist noch im Blau? Ich bin im Blau. Philipp, ich bin ein deutlich. Manu ist blau. Rot ist best. Ja, und ist also hier schon mal ein guten Bewillen. Oh, stark. und so ein Jahr die haben zwei gute Dägen wo sie mich 9 wir kommen da er hat ihn aus hier kommen die ganzen Geier wir kommen die ganzen Geier und überholen mich soll einer fährt mit Karte er hat wohl es tut mir leid für ihn ich habe keine Ahnung die Angelegenheit Prozent an die Höhe auch wir sind in einem Team ja dann sagt das doch ohne Teamplay hö 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 ich habe mich mit mir gezogen ich bringe die Busstreifen es ist ein Held das heißt er noch ich bin der beste blaue Loll Bus verpiss dich vorhanden das war so für mich das war ich hier das war ich die Mäste Teil ich bin ein ich bin ein 2 Leck mich doch alles Leck mich doch geschwinkt am Arsch hey ist ein Goethe Zitat ja Scheiße verdammt Goethe ist cool ich habe ein Kugel-Video und Dead Unser Match ist auch Fail oder? oh äh boah Arad meine ganze Geier okay eine Fett mit Karte boah ist ist C gezogen yeah oh man jetzt hab ich die Wäsche äh das ist ein Karte so schön so da ist Aradus tschüss Aradus klar ich muss gerade bei einer anderen Konfi auflegen mach das doch nein weil die mich gerade angerufen haben ja wie oft denn noch Philippe was los hol doch Schock Leon hol Schock ja ich kann jetzt Schock nein sorry ne grad nicht Blub Busti ich krieg dich noch Blue Shell Flick und Sieg ja Blubber Jungen nein oh man wer schubst mich da denn runter das wär ich sorry Dieter so bin ich echt einfach nur so schlecht oder seid ihr einfach nur alle so zocker ja ich würd sagen letzteres beides ach geht doch danke Zweierspitze Rot ja Brustgeblitzt ja das bringt's ja jetzt auch jo Bester Blauer Bester Blauer Geil Viererspitze leckt mich doch alle ey echt echt ne wollen wir nicht welcher Platz eigentlich Mann wir nicht gut ah doch ne Busti war Bester Blauer Busti hat ne Viererspitze Bänder Astermann junger BF ey Ey New Gott sei Dank keine Viererspitze für euch dann wären wir total ich hab gleich keine Viererspitze 2,28 wir spielen gleich Brau ne wir spielen gleich Brau machen wir heute auch noch ja machen wir heute auch noch ja machen wir heute auch noch ich würd sagen eher später Brau kann ich überhaupt nicht ne ich würd nicht zu spät machen Prusti wir räumen das Feld ab ja da kannst du eh nur mit maximal vier Leuten das bringt's nicht so wirklich das wir haben es nur noch mal an auch hier macht der Räumen ich bin denn es ist ein Scherl doch Jan Holtzok ich und Busti ziehen nach vorne okay 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 GbA eigentlich war ich ja vor Jan gewesen ja eigentlich war ich auf Platz drei wenn ich nicht untergeschubst werde aber auch nicht mehr jetzt war wir wollen über die Uhr ist einsteig ich mag das ist ja auch sobald ist gut ja ich machbar und von entweder auch gelten ist von den 64 jahr ich habe ergeblich gebraucht ist die pfp eines ist die an so berg hat es oft sie sind Nein, ich wollte die Wolke nicht abgeben. Oh Mann, ja, ich bin auch da. Ja, scheiße. Ja, komm, mach leer. Mach leer. Die Wolke abgeben, ne? Fuck. Boah, Steyler, du bist 10 oder 9. Ich bin 9, nicht 10, du bist 10. Hey, 4, 4er Spitze rot, würde ich mal sagen. Ich meine, Hange ist, sei das unterwegs und Boosty. Ich war gerade eben 2.0, aber nee, 2.0 Rote müssen ja hier alles wieder kaputt machen. Jetzt fick doch mal den Boosty, da riecht mich wieder so. Oh, scheiße, oh. Oh, genau. Arados. Aber warum fach ich nicht überall runter? Ich kann auch mit dieser Strecke runterfallen. Freizeit im Hergebung. Interessiert mich später nicht auch mit, jetzt sind sie ja. Ja, ich glaub, so was, ich weiß schon. Egal, da sie sind, der Pax hat diese Strecke, du bist. Blitz, 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 ist es ein... Na, das ist ein Kugel wieder, ne? Oh, was bist du da hinten, ne? Ey, schub dich mal runter. Ey, wo mach ich das? Ne, nicht geschafft. Pff, ey, Mann, scheiße, Legs. Es gibt's nicht, ey, ich hasse Legs. Bei mir fallet ihr... Ich krieg ne Wolln nicht auf. Freie, ey. Dieser BF-Typ hätte mich fast runtergeschubst, der. BF ist geil. Fistig, ey. Ey, ich würd von den Wolken klein sein. Ey, warum schubst du mich ins Ausmahn und wir sind im gleichen Team, du. Ich? Na, ich kann ich getan. Nein, es geht. Schubst du im H Einzelnen hier? Was willst du mir sagen? Render Bluschel. Render Bluschel. Render Bluschel. Reworitys Schubst. Render Bluschel. Render Bluschel. Render Bluschel. Render Bluschel. Das ist auch nicht für uns. Also, das ist doch, was ist geschafft. ich weiß nicht ich weiß nicht ich habe diese Hälfte angeboten und die Leer an ich habe sie wieder auf die Kälte Kumpel Kumpel die Zinsen die Schocken ersten große ja ich bin achter der ganze Zeit und es ist auch nicht mehr was er kein Spaß zu fahren so um und in der Eierland und Spaß und der ist zwei GPs ist mehr der letzte war jetzt war ich fehl aber hier ich meine falls sie noch mal in eurem wir wollen wollen und das ist so ist durch den gruppen das ist morgen der eigentlich hier oben sie frage in die kante der traurig ist das ist da aber erster blauer bis dort und verletzten Plätze ich bin ich letzter ein ich bin ich letzter wir sind stolz auf dich erfolgt wir sind schon zufrieden oder deutlich jawohl die Doppelspitze aber na die Däden der Mauer und die Däden wo sie wie kriegen sie noch und die hier die anderen genau aber er hat die Stahl München nach hinten getrunken und wer wohl wer muss den vorletzten sein stern ins Ausraum der Wittler das ist klar der Wittler der Wittler die Wittler und er ist an da wird er noch nicht mehr denn das ist vor dem Ende ein Pistole ein Pistole Arturus auch gar nicht nur eine große und reißte rei die leute das war gescheitert die jahre ja von der die jahre die an das ist gut für dich du kannst anbacken das ist ja die feste es ist ja in 64 Marius Rennpiste ist durchaus vom N64 Teil die er ist von S&S es sind erstmals ich sehe das ist ja nicht so es sind jetzt machen wir es dann pisst hey Leute wo ist mein Greenchild jetzt zerplatzt wo war meine wo ist mein Greenchild-Gram zerplatzt weiß ich nicht aber wenn es ausfährt aber es hat noch niemand DC oder nö nein ich wüsste wow fuck Schuffler-Kopf-Fahrer wie Spaß go wo ist die go wo ist die yes ich hab den Schock jawoll ja ja Cheater nein ich hab hinten gewartet oh mein Pils mein Pils und schon 10. juhu oh nee hör doch mal auf den Offroad zu schubsen wer ist davon Junge der Cut-Fahrer ist ziemlich gut was ja ja was so unnötig hält der Mann ist ein der Wunsch ist ich bin Steiler also ich hab uns gehalten ja und vorgelegt wird mein Lieblings-Charakter bist du sympathisch wo aus Schuhe bei Fogli hat sich ja ich habe ich auch er auch ein paar Prozent aus meinem Team der Mauer ich bin nämlich schon sich den Wölkern ich abgegeben habe wer das war immer ich mich von auch gefragt und ich bin auch noch erster werden noch ich habe es ist ein bisschen da kannst du immer noch erster werden ja ich kann erster werden mit dem fünften Platz ja ich bin 10 L L L L L L L L L ich hab ne Bombe jetzt warten wir sollen bis zum FC ist wir sinnvoller gewesen was geht hier? Hilfe! Nein, Neo! Oh, Styler! Oh, was mach ich denn hier? Ja, der ist süßer! Ich werd letzter, nein! Schwiererster! Oh, ich war zweiter, ey, der hat sich doch davor gezogen! Nein, Philipp! Ja! Haha, das war mein sechster Platz noch! Ich bin 10er! Ihr seid so scheiße mit euren Sternen, ne? Ich krieg nie einen Stern! Oh, Amalia! Ja, ich bin, Alter, ne Blamage, ne Blamage! Ich hab schon drei Punkte! Oh, ich hab zwei Punkte! Zwei Punkte! Zwei Punkte! Ich bin ein fehlender Team Torwart! Ich glaube, wir gewinnen! Wir gewinnen! Wir gewinnen! Wir gewinnen! Wir gewinnen! So, jetzt machen wir wie mit 6er Spitze! I'm loving it! Viel Glück! Ja, ich muss so grad sagen, ne, Jan! Ja, ich schluck nicht! Das nur, weil ich mit nur, weil ich mit Luigi gefahren bin! Genau, nur, ich war auch nur mit mein Mi! Jakob, wie viele sind wir heute noch? Oh, jetzt nehm ich noch mal, ne! Ich war eben dumm auf, ne? Welchen dumm auf, ne? Welchen dumm auf, ne? Funky! Funky! neulich ist also bei mir nicht bei mir schon bei mir ist noch bildet ja ich auch bei mir auch beim ersten 3 bei mir bin ich gern und verlippt auf der linken sein bei mir bei mir ist ich gern und für dennoch ich gern und für die bei mir ist ich gern und für das freundlich als erster auch die Ertreibung ich weiß meine Grammatik meine Wahl ich muss anmerken er ist auch sehr warm an mann heute ist er so hat er denn alle gegen die Wände Bokker steigendet sich das Altenbeck Nürnberg und so ist er heute auch der Empfarrer ich wollte auch gleich verpassen dass sie sich oder 50 Philipp weiß am besten nicht auch aus den Zivilisten warum die er hat wissen die GmbH aufregt es soll ich bei mir haben sie wussten er muss die er hat es geschafft in Rheinland hier gefälligte gestern von er ja nicht kräftig auch es ist ein Mikro die TfN die ein paar Jahr schon mit Schock ich hab ich hab schon ich hab schon das gemacht auch auch wenn er wurde er ist hier aber ich habe es heute schock 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 fuck nein, immer nur Sternen, alle sind wuuh, komm komm oh oh, stimmt ich zieh nochmal der Netzschne, also oh scheiße, ich bin runtergeflogen, wie geht das? wie geht das? wer ist erster? ich nein, Boosti, wir sind die Scheißwolke nicht oh Boosti, du Penal oh, weil er in dem Moment den Scheiß SC zieht ja, nur weil ich jetzt den ziehe ja yes, Leute dritte Wolke in diesem Rennen das ist nicht mehr das gibt's doch nicht das ist mies aber es ist niemals zu mies wie ich muss ja eh noch Pilze nein, ich hab Schock ich hab Schock, nicht den Gag bringst du jetzt jede Runde jawoll dankeschön einmal groß geschockt der Blitz soll ja auch unnötig sein ich bin dafür nichts, mache ich Cut ohne Items ja, bin ich auch für ja, ich auch ich auch kann nicht lachen SCs, du SCs verhindern, ey schau nein, einer aus meinem Team schubst mich runter ist schon richtig macht leer also ich find's auch wichtig ja, klar, mach leer das ist doch nicht mehr feierlich grad mach gleich nochmal Schock hier schock, 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 schock schock, 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 schock Nein, ich glaube, das ist geil. 52 Punkte. Heute ist es irgendwie nicht feierlich, aber okay. Ich habe drei Punkte. 251. Philipp Dulacca. Was sind? Ich habe vor allem gesagt, Sie haben 95 geschrieben. Philipp Dulacca. Oh, Mensch, Philipp. Jo, und Matti Wille. Was waren wir jetzt? Wettkampf. Lassen Wettkampf. Nein wir fahren gar nicht im Wettkampf Wettkampf ist doof Wettkampf ist doof Wach nur mal GP